Ja, ich nehme Silber, dann wieder Black Goku, und dann nehmen wir den Goku. Was? Ola Goku! Sieg in der Bar. Oh nein, Vegeta ist auch hier. Oh, ich muss mir unbedingt dieses Gruppendingen erholen. Oh, jetzt verbisst er sich. Hast du so Probleme mit Black Goku? Ich dachte, du bist so stark. Oh, wie hat mich denn da getroffen? Hallo, warte. Oh. Brauchen wir auch gar nicht. Glaub doch hier. Bam! Danke. Ähm. Oh. Da hinten hin, ganz schnell. Es wird zum Glück einen angezeigt, muss ich echt sagen, das ist schön. Und hoch. Kommen wir hier rüber? Nein, kommt noch nicht, das gibt's nicht. Wozu, wenn man fliegen kann, dass man auch nicht mal mal so einen scheiß verschissenen Berg fliegen kann? Okay, waren den anderen Teilen auch nicht. Oh, meine Nase. Oh. Bleib hier mal, wenn's, äh, Naditz? Waditz. Jetzt aber bitte lass ihn treffen. Danke. Dich, der ist ja so. Oh, nein. Das ist ja so. Oh, mein Gott. Ähm. Das ist ja so. Dieser feige Hund, ey. Ich bin sehr... Ich bin sehr... Ach, er hilft mir, Gott sei Dank. Je mehr, desto besser. Das war nur ein Teil hier, ne? Juhu! Zweimal Gogo, einmal ein Vegeta und ein Piccolo. Was will man mehr? Jetzt hol ich. Wo ist der? Jetzt hol ich noch mal die Ohren voll. Ich werde ihn so eine Glatze polieren. Ich möchte mich noch entschuldigen, manchmal für die schlechte Tonqualität. Äh. Bleib hier da, alles! Wo ist nicht mal der Feigling? Boah, Junge! Ja, will ich auch meinen, dass wir das geschehen. Ist nicht euer Ernst. Willst du auch noch mitkommen? Oh ne, jetzt hat er mir Energie gegeben. Mein Lieblingsgegner, der kommt noch. Also, ich mag ja selten. Ähm. Ähm. Ich hasse dieses ewige Hin und Herren. Es endet hier in Napa. Wo ist er? Let me am Arsch. Noch nie mal getroffen hat er den. Und ich kann ihm noch nicht mal den letzten Finisher geben. Das ist doch... Hau,. Hau, she. Hau, she. Hau, she. Hau, she. Und was? Ja, ich kann ihn von Théros. Echt! B's! Oder auch nicht. ist jetzt auch noch gegen törls kämpfen na los zeigt dann ist doch nie wahr wo ist er denn wohnung stuhr in die büttel ist hier und ist groß Ey, das ist... Lasst mich hier fertig machen. Bitte nicht. Nein. Jawohl. Ey, das war ja easy. Ja, yeah. Ich weiß, Piccolo, ich bin sehr gut, oder? Geil. Ja, das war easy, muss ich echt sagen. Ah, die Musik schon wieder. Das ist so Zirkusmusik, aber ich bitte euch. Irgendeine Quest. Ne, was war nochmal das rote Story-Event? Ach so, okay. Ja, darum kümmere ich mich noch. Aber wie gesagt, ich will erst noch mal ein paar. Ja, mache ich. Ich gebe ja. Saiyajin Überlebende. Besiege alle gehe ich. Na ja, das wird ja kein Problem sein. Danke. Und wie gesagt, wir nehmen wieder unser Dream Team. Mich? Gokku. Gokku. Halt, ne, Falsch, Gokku. Meister Kaio. Ich geh ja keins. Und hoch. Und. Und dann nehmen wir Black Gokku. Der ist ja wirklich stark, muss ich echt sagen. La, 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 la. Nur, irgendwie wundert mich, dass man noch kein Online-Event quasi zusammen machen kann. Besiege alle Gegner. Alle Team TP erschöpft und Zeit, es läuft ab. Die Zeit wird sowieso. Boah. Halt, warte. Ja. Jetzt haue ich dich. Ach, ich mag dieses Spiel. Also, mir gefällt es halt. Es ist einfach nur ein stupides Rumkloppe, aber wie gesagt, wenn man halt ein Dragon-Ball-Fan ist, der finde ich das geil. Die haben sich gerade unterhalten, die beiden. Ach, hinterher. Ach, er meint seinen Vater. Ja, ich mag das nicht. Ich habe wahrscheinlich nicht das Kaninchen auf den Tag gebracht. Jetzt kämpfen wir gegen Nappa und Vegeta. Hoffentlich fliegen die nicht weg oder verwandeln sich in Affen, ey. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wobei, das mit dem Affen ist gar kein Problem. Das haben die ja mittlerweile leichter gemacht. Ja, dann wird man drüben. Ja, dann wird man drüben. Nicht schlecht, ich weiß. Eine Fliege. Ich muss mal eine Flasche zunehmen, bevor die da reinfliegt. Ja, wo muss ich jetzt hin? Irgend ist dahin also. Wie gesagt, die Sachen hole ich halt nicht. Weil das wäre ein Zeitfresser, weil ich will das ja wirklich quasi auf Z schaffen. Was ich zwar jetzt nicht immer geschafft habe, aber... Nee, da muss ich doch nicht nochmal hin, oder? Er sagt, ja. Mal gespannt. Ich hoffe, dass Vegeta jetzt auch auftauchen wird. Und wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wenn ihr den ersten Tag gespielt habt, was mir voll auf den Keks ging. Das war, wo man Gotenks verfolgen musste. Oh, ist das laut. Also müssen wir darüber. Ich bin voll aufgeladen. Und zack, ab in die Öldnis. Waren wir nicht gerade in der Öldnis? Nee, das waren die Bären. Lobby, Vegeta. Hier bin ich. Hier bin ich. Oh, ich hasse das, wenn die so wunderschön sind. Halt los, bin ich. Nein, ich wollte ihn doch. Backfinition. Na, wer kommt jetzt? Hier ist nix. Fliege, geh weg. So eine scheiß Obstfliege ist das, glaube ich. So eine ganz kleine. Ich hasse die Viecher. Okay, dann. Hä? Ah. Ich habe es nicht beklagt. Ich werfe nicht, wie es das? Fertig! Oh, das ist doch ein Dreiherher. Oh, das ist doch... Sie haben sich in die ganzen Kraft zu verabschieden? Sie sind doch auch sehr wichtig. Sie sind doch auch sehr wichtig. Ich bin sehr schön. Ich bin sehr schön. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr einfach. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ach, vorbeigeflogen. Lass doch hier. Ach, Mann, dann trifft den wenigstens auch richtig. Nein. Nein, ja. Leck mich am Arsch. Nicht getroffen. Ähm. Ach, ernsthaft? Bitte macht Piccolo nicht tot. Oh. Ja. Ja, mir ging es um den Ultimation-Finisher. Z-Bombe. Verteidigungswahl, unerbittliche Salve. Okay. Na, was kommt jetzt? Boah, diese Musik. Weil, wie gesagt, für mich ist das noch was voll für ein Popo, weil man nicht fliegen kann. Besiege, wie geht der, wer Affe? Machen wir doch. Ah, ich brauche kein Glück, dass wir alles können, ey. Nein. So, und schon wieder so gesagt, ich weiß gar nicht, ich glaube schon fünf, sechs Mal? Bestimmt, oder? So, und dann nehmen wir... So, und dann nehmen wir... Ja, der ist zu stark. So, und dann nehmen wir noch dunklen GI. Was? Bestand da echt dunkler GI, oder? Habe ich mich jetzt komplett verlesen. Explodieren und mischen. Und alle sind am Zittern. Und alle sind am Zittern. So, Vegeta, was auf sie jetzt? Alter Haudegen. Bitte. Jawoll. So, noch ein Pflanzenmann ist da. Junge, was habt ihr so Probleme mit dem? Schön, geil, sauber. Ähm, hallo? Äh, ja, jetzt wohin? Fliegen wir erstmal dahin. Ja, wie gesagt, die Dinger beachte ich halt noch nicht, weil das möchte ich euch nicht antun. Ich will das halt in dieser Zeit schaffen. Ja, wem erzähle ich das eigentlich? Was ist das, das Gesicht? Ich habe mich nicht interessiert, oder? Ich habe mich nicht interessiert, oder? Ich habe mich nicht mehr verstanden, oder? Ich habe mich nicht interessiert, oder? Ich irgendwas nicht service. DasВО navigieren Sie mir herzlich? Ist mir alles ins quindi? Herr, sabes, Knut, auf einmal hat er. Ach, dass Sie es beim Birnen sehen uns müheiß, oder? Ich liebe dich! schwarzer pflanzen so und jetzt gehen wir wieder hier zurück ja wie gesagt ich werde das dann auch für mich die ganzen quest normal und damit ich dann halt nicht so ablose und ciao mit v jetzt müsst ihr radet sein ja 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 Was ist das? Was ist das jetzt? Wenn ihr euch so lange mit dem hier aufheistet habt... Ich verstehe das gar nicht, warum ihr euch so lange mit dem hier aufheistet. Bleib doch! Da ist noch einer da. Nein, hör auf! Das war's? Okay. Gut. Und weiter geht's. Jetzt kommt wahrscheinlich Vegeta ans Affe. Der blöde Affe. Ha, 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 ha... Die Werfengestalte hätten sie mal ruhig reinbringen können in dieses Spiel. Ne ehrlich, das finde ich echt geil. Wenn man die... Oh, Alter, ihr seid richtig gut. Boah. Nein, das war das Falsche, aber gut gemacht. Oh nein, der ist laufend. Was, noch so viel Leben hat er? Guck dir auf, der hätte nichts mehr. Alter, hat er mich... Hat er mich eiskalt erwischt, der Typ? Oh, oh. Das müsste ihn doch... Hier, jetzt aufsteht das Kamera ohne... Bombe. Leider nicht unter 10 Minuten. Oh. Oh. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wer erwartet mich hier? Hallo? Hallo? Echo, Echo. Was ist das denn? Der andere war wieder. Ja, nicht mal nicht. Du möchte gern selber. Geiles Kostüm, ey. Die sollen mir nur die anderen bloß vom Hals abhalten. Oh, der war geil. Ei, der war echt gut. Das ist das Problem. Ich muss meinen Finish-Lust auch richtig übelst levelen, damit er dann richtig viel abzieht. Weil meine Schläge sind ja schon weg. Boah, ist die Qualle nervig. Boah, könnte ich mal einen Held nehmen? Ja, das wäre geil. Also der Silber, der erste Silber sozusagen. Wer hat mich denn da von hinten erwischt? Feiles Schweine. Oh, der war gut. Ich, und keine Energie mehr. Geil. Oh, f- Oh, jetzt. Oh. Helmeppo. Ne, wie heißt die? Helme. Ach, du hast gar keine Chance, Hemo. Du alter Hemo. Sie wird gefestet. Ey. Alter. War so klar. Alter. Ja, du hast ja auch keine Hilfe, Goku. Leck Goku hat auch die Presse bekommen. Und du machst gar nichts. Na, komm doch zu mir. Kleiner. Yeah. Halt. Oh. Ey, das sind aber auch so Pfeifen. Anstatt dass sie sich mal gegenseitig wieder bemühen. Oh, ernsthaft. Wahrscheinlich treffe ich die, meine Mutter. Mir ist einfach dieser ultimative Finisher wichtig immer. Also es ist zwar schwierig. Yeah. Ja. Geil. Ein Schlüsselobjekt. Ja, wieder ein Dragon Ball. Geil. Ja, Mr. Sata. Aufzeichen, die brauche ich gar nicht, weil... Monsieur Ambivalz. ... Untertitelung des ZDF, 2020